Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Sollen wir durch Philosophie bessere Menschen werden? Zur Idee einer transformativen praktischen Vernunft. Was ist genau mit dieser Frage eigentlich gemeint? Gemeint ist, ob wir durch Philosophie nicht nur besser denken, lernen, sollen, nicht nur besser urteilen und nicht nur besser das Richtige erkennen, sondern auch besser empfinden, besser leben, besser handeln, sogar besser sein. Gemeint ist, ob unsere praktische Vernunft nicht nur besser urteilen können soll, durch Philosophie, sondern auch irgendwie transformierend wirken soll, das heißt uns verändern und zu besseren Menschen machen soll. Das wäre die Idee einer transformativen praktischen Vernunft. Heute erscheinen diese Fragen besonders wichtig, denn wir haben bezogen auf Klimaproblemen zum Beispiel nicht ein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir wissen, wie wir unseren Lebensstil ändern sollten, aber wir machen es allzu wenig. Es geht also um die Kluft zwischen Gutdenken und Gutsein. Die Antwort auf die Frage, ob wir bessere Menschen werden sollen, wendet sich zunächst an Sokrates und Alkibiatis, Freund von Sokrates, erzählt in Platons Dialog Symposium über Sokrates. Von Sokrates wurde ich wirklich häufig in einen solchen Zustand versetzt, dass mir das Leben nicht lebenswert zu sein schien, wenn ich mich weiter so verhielte, wie ich mich üblicherweise verhielt. Sokrates zwingt mich, einzugestehen, dass ich mich selbst vernachlässige, dass ich zu wenig an Wahrheit orientiert bin. Ich aber schäme mich vor ihm allein, bin ich mir doch bewusst, dass ich nicht abstreiten kann, tun zu müssen, was dieser befiehlt. Und dass ich aber, wenn ich dann weggegangen bin, den Beifallskundgebungen der großen Menge erliege, also zum Beispiel beim Reden vor der Menge, ich entlaufe ihm also, ich entlaufe Sokrates und fliehe vor ihm jedes Mal. Und wenn ich ihn dann wieder sehe, schäme ich mich der Missachtung des eingestandenen. Alkibiatis hat also aus dem Philosophieren Erkenntnisse gezogen, die er dann aber nicht umsetzt in seinem Leben. Sokrates möchte, dass wir durch Philosophieren, also durch das Prüfen der eigenen Lebensgrundsätze, ein wahrhaftigeres Leben führen, mehr orientiert an Wahrheit als an Erfolg. Und er möchte, dass wir nicht nur besser denken oder argumentieren lernen, sondern tatsächlich es auch in unserem Leben dann wahr werden lassen. Praktische Vernunft soll uns transformieren, nicht nur zu richtigen Urteilen führen. Ein zweites Beispiel ist Aristoteles. Der nämlich eine Unterscheidung macht zwischen gutem Denken und gutem Sein. Die Tugend, sagt Aristoteles, ist von doppelter Art. Verstandesmäßig einerseits und ethisch andererseits. Die verstandesmäßige Tugend entsteht und wächst durch Belehrung und durch Studium. Die ethische dagegen ergibt sich aus der Gewohnheit oder aus Haltungen. Wir sind von Natur aus gebildet, die, die ethischen Tugenden, aufzunehmen, aber vollendet werden sie erst durch die Gewöhnung, durch das Lernen gut zu sein. Die ethischen Tugenden erwerben wir, indem wir sie ausüben. Also nicht durch Belehrung und Studium, sondern indem wir gut sind, werden wir auch gut. Indem wir ausüben, was wir durch Lernen zu tun fähig werden sollen. Das lernen wir eben, indem wir es tun. Durch Bauen werden wir Baumeister, durch Gitarra spielen, Gitarristen. Ebenso werden wir gerecht, indem wir gerecht handeln. Aristoteles möchte, dass wir durch Studium und Diskussion die verstandesmäßigen Tugenden ausbilden. Wir lernen, richtig darüber zu urteilen, was in einer konkreten Situation das ethisch gute und richtige Handeln ist. Zum Beispiel, es ist gerecht, dass die Portionen für alle gleich groß sind. Oder es ist gerecht, dass noch etwas aufgehoben wird vom Essen für diejenigen, die erst später hungrig von der Arbeit kommen. Soweit zum Urteilen. Damit wir uns auch wirklich so verhalten, wie es ethisch gut ist, müssen wir ethische Tugenden ausbilden, also Haltungen und Gewohnheiten. Wenn wir es als das Richtige eingesehen haben, üben wir das gerechte Verhalten ein. Dann ist es uns in Fleisch und Blut übergegangen, dann sagt man von uns und erst dann sagt man von uns, wir seien jemand, die oder der gerecht handelt oder sogar ein gerechter Mensch ist. Das dritte Beispiel für diese Frage, sollen wir durch Philosophie bessere Menschen werden, kommt und stammt von meinem Lehrer Gernot Böhme. In großen Teilen der Moralphilosophie, kritisiert Böhme, geht es allein um das moralische Urteilen. Wir verbleiben also nach Aristoteles im Verstandesmäßigen. Die akademische Ethik stellt sich nicht der Differenz von moralischem Urteilen und moralischem Handeln. Doch was ist, wenn, wie heute, wir kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem haben? Und Böhme empfiehlt da etwas sehr Interessantes. Er empfiehlt eine Grundkompetenz moralischer Existenz einzuüben, nämlich etwas aus bloßer Überlegung zu tun. Das heißt, aus Einsicht in das ethische Gute und Richtige tatsächlich das zu tun, was man da als richtig eingesehen hat. So sollte man beispielsweise versuchen, das ist jetzt eine Übung, ob man ruhig, ohne an irgendeiner Stelle zu zögern, in einen kalten See hineingehen kann. Natürlich kann man es. Man muss es einfach bloß tun. Entscheidend ist, dass man das Selbstbewusstsein, das für die Möglichkeit moralischen Handelns Voraussetzung ist, nicht hat, wenn man nicht irgendwo diese Erfahrung gemacht hat. Nämlich, dass man es einfach bloß tun muss. Und das ist eine Übung, Böhme zufolge, um das, was Ausdruck des Tugenden einzuüben oder Haltungen einzuüben nennt, tatsächlich zu lernen. Weshalb kümmert sich die akademische Ethik nicht um das Einüben ethischer Tugenden? Das ist aber zugleich eine Frage, eine kritische Rückfrage an die drei Philosophen. In der Gegenwartsphilosophie ist das Vertrauen geschwunden. Auf Ebene der verstandesmäßigen Tugenden ließen sich ethische Fragen stets eindeutig klären. Ein Beispiel wäre, ist es wirklich immer gut, tapfer zu sein und das zu tun, was der Staat von mir verlangt? Das hat man in der antiken Ethik eher dieses Vertrauen, dass das gut ist. Oder ist die starke Betonung der Individualrechte bei uns hier im Vergleich zu Familie und Gemeinschaft eigentlich absolut richtig? Oder ist sie eher typisch für die westliche Moderne? Das sind also Zweifel der Gegenwartsphilosophie. Und wie soll man da ethische Tugenden einüben, also Haltungen und Gewohnheiten, wenn man nicht einmal genau sagen kann, welches Verhalten man einüben soll, was also eigentlich richtig ist. Außerdem, studierend und diskutierend merken wir ja auch, es gibt immer verschiedene begründete Ansichten über das Gut in einer konkreten Situation. Wenn aber diese verschiedenen Ansichten in demokratisch legitimierte Gesetze einfließen, dann reicht das doch und wir brauchen keine besseren Menschen zu werden. Wir brauchen also nicht durch Philosophie verändert zu werden. Meine Take-home-Message. Sokrates, Aristoteles, Böhme und auch andere Philosophinnen sagen ja, wir sollen und können durch Philosophie andere Menschen werden. Studierend und diskutierend müssen wir gemeinsam unseren Verstand gebrauchen, um erst einmal herauszufinden, was in der jeweiligen Situation das ethisch Gute oder Richtige ist. Doch es auch zu tun, das fällt uns oft schwer. Haben wir das Gute gefunden, dann müssen wir im Sinne einer transformativen, praktischen Vernunft tatsächlich die ethischen Tugenden überhaupt erst einüben. Und das geht nur, indem wir das, was zu tun ist, eben üben, praktizieren und zu unseren Haltungen und Gewohnheiten machen. Sonst bleibt es einfach nur bei der Erkenntnis. Aber man kann dagegen einen Einspruch formulieren, nämlich es gibt immer verschiedene begründete Ansichten über das Gute und man könnte einfach daraus demokratisch legitimierte Gesetze machen. Dann reicht das und die Philosophie könnte in diesem politischen Geschäft mithelfen und bräuchte uns dann nicht zu besseren Menschen zu machen. Sollen wir durch Philosophie bessere Menschen werden? Ich habe euch die Idee einer transformativen, praktischen Vernunft vorgestellt und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.